Bier, was hier in Leipzig so gut wie überall fließt, das finde ich auch gut. Ich gehe ja auch nicht in andere Städte und trinke Bier von woanders. Unser Leipziger Bier im Krosstitz. Allen voran Wolfgang Wälder, der uns da immer die ganzen Jahre geholfen hat, in der Ausstattung, wie der Markt ausschaut. Dann kommt die Herrscherfamilie Audi, dann kommt unsere Stadtwerke, dann kommt unsere 60 Lotto GmbH. Wenn ich jetzt eben vergessen habe, kann man uns ja Konsum und man sollte wirklich in diese Webseite reingucken. Auch die Hotels, die die Künstler unterbringen für Null und mir dabei helfen, kann ich nur Dankeschön sagen. Und ich bin dafür zuständig, dass wenn die Künstler kommen, dass sie Leipzig auf ihre Weise entdecken und es toll finden. Und wir haben auch hier Geld alle schon fast ein Vierteljahr vorher, was bezahlt werden muss. Wo ist, da kann kein Zweiter sein. Sehen Sie? Hallo. Schönen guten Tag. Wir sind mitten in der Sendung, wissen Sie das? Liebe Zuschauer, wir lassen erstmal die junge Dame durch und machen wir direkt hier weiter. Lassen wir die junge Dame durch, bitte schön. Danke, Herr Spahn. Ja, vielen Dank. Danke.